Ja hallo liebe Leute, es ist Xiaomi hier und willkommen zu einem weiteren Video und zwar schauen wir uns aktuell auf dem Patch 10.07 BTA, also dem öffentlichen Testserver, die Überarbeitungen für den Vergelter Paladin an. Wer das bisher noch nicht mitbekommen hat, der Vergelter Paladin kriegt einen kompletten Rework. Hatten wir eigentlich noch gar nie, so in einem kleineren Patch. Eigentlich ist das immer so ein Add-on Ding, wo sie Klassen mehr oder weniger komplett überarbeiten, aber diesmal scheint es so, als würden wir zumindest als Vergelter Paladin eine komplette Überarbeitung kriegen. Und da schauen wir uns jetzt die ersten Änderungen an, da kommt natürlich noch ein bisschen was auf uns zu. Ja, dementsprechend, nicht viel weiter drumherum, fahren wir direkt an. Warum wird der Vergelter Paladin überhaupt überarbeitet? Man muss sagen, er spielt sich momentan einfach nicht ganz rund. Er ist einfach ein bisschen komisch vom Playstyle her, gerade weil er sehr stark darauf ausgelegt ist, so viele Fähigkeiten mit Damage Modifiers, also Dinge, die deinen Schaden erhöhen, miteinander zu kombinieren, um so viel wie möglich Burst in einem kurzen Zeitfenster zu machen. Ich selber habe in Classic zum Beispiel Magie gespielt und seit Burning Crusade Paladin. Und Paladin war immer darauf ausgelegt, dass er halt hohe Burstphasen hat mit Wings und außerhalb von den Wings droppte er halt logischerweise ein bisschen runter vom Schaden. Das wurde aber immer krasser und krasser, denn Paladin hat mit den Add-ons immer mehr Sachen hinzubekommen, damit er innerhalb dieser Wings-Phase noch mehr Damage macht. Und zwar, wenn wir uns jetzt aktuell den Live-Server ansehen, wie sieht es dort aus? Wir haben beim Paladin einmal, wenn wir Reckoning skillen, einen Brock, der random auftauchen kann, dass wir 10% mehr Heiligschaden verursachen. Wenn wir Final Reckoning selber benutzen, verursachen wir 50% mehr Heiligschaden. Hat das Ziel einen Judgment-Debuff, verursachen wir 20% mehr Heiligschaden. Haben wir dann auch noch Seraphim aktiv, dann haben wir natürlich höhere Tempowertung, Crit, Vielseitigkeit und Meisterschaft, womit wir noch mehr Schaden verursachen. Ihr seht schon, worauf ich raus will, wir haben einfach so viele Dinge, die aufeinander aufbauen, damit man in der kürzesten Zeit dann noch mehr Schaden anmachen kann. Das führt andererseits aber auch zu einem Gameplay, das nicht sehr interaktiv ist und nicht gerade lustig ist, wenn man die meiste Zeit damit verbringt, verschiedenste Sachen miteinander zu kombinieren, um so viel Schaden wie möglich dann zu verursachen in einem kleinen Fenster. Wenn wir das mit den vergangenen Addons vergleichen, wie zum Beispiel WOTLK, das ist nicht das beste Beispiel, weil er erst in ICC relativ viel Schaden gemacht hat, aber im Generellen war halt einfach, du machst die Wings an und du ballerst schon. Du brauchst nicht irgendwie 500 Sachen aktivieren, sondern du machst halt direkt deinen Schaden. Dazu gehen wir wieder in einer Art und Weise zurück und wir gehen zu einem so derart runden Gameplay, das glaubt ihr teilweise nicht. Also meiner Ansicht nach, die Klassen, die sich am cleansten spielen, in-game, also von der Rotation her richtig smooth spielen, sind Demon Hunter und Fury Vari. Die haben einfach, alles greift ineinander, du hast immer irgendwelche Buttons zum Drücken und genau so spielt sich Paladin jetzt auch. Denn es sind einige Veränderungen auf uns zugekommen. Wenn wir jetzt in der Leiste sehen, dann sehen wir natürlich, es sieht erstmal ziemlich gleich aus. Wenn wir allerdings in den Talentbaum reingehen, dann sehen wir schon, da ist schon einiges passiert und es sollte noch ein Hinweis sein. Es ist noch nicht final, es fehlen einige Sachen, es fehlen sogar noch Abilities, die anscheinend noch dazukommen. Da wurde ja unter anderem gedatet meint mit dem Heroic Leap für Paladin, da wäre ich schon mal in der Legion Beta war eine Art da drinnen, bevor das Pferd dann eingefügt wurde und so weiter und so fort. Aber das sollte jetzt nur mal so erwähnt werden. Die erste Ding, was Paladin noch als Problem hatte oder eines der Main Probleme für den Paladin, hat ja Blizzard überhaupt im Blue Post gepostet. Paladin ist die Klasse, die am meisten stirbt überhaupt. Liegt das an den Spielern? Teilweise sicherlich, aber unter anderem liegt es daran, dass er außerhalb der Bubble nichts hat, was ihn wirklich gut schützen kann. In dem Raid Environment oder in höheren Mythic Plus oder natürlich auch im PvP. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel mit einem Magier vergleichen, als Paladin habe ich Schild der Vergeltung, absorbiert Schaden und ich habe Gottes Schild. Das kann ich einmal immunen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel den Magier hernehmen, der relativ immer ein bisschen schlechter mit den Defensives aufgebaut war und deswegen nicht so gerne in höheren Raid Content, also in Top Raid Guilden mitgenommen wurde. Nicht immer, aber das ist immer von er noch so einer verschieden. War zum Beispiel, weil er Greater Invis damals verloren hatte und Greater Invis ist halt einfach ein Big Defensive, den er ziehen kann, wenn jetzt viel Raid Schaden reinkommt. Dann hat er zum Beispiel die Spiegelbilder. Nochmal eine Schadensverringerung. Er hat den Eisblock, also eine Immunity wie der Paladin und er hat zum Beispiel Caught the Rise als Fire Mage. Er hat einen zweiten Eisblock als Frostmagier und als Akanemage hat er in dem Sinne dann auch nichts. Da war früher immer Greater Invis mit drinnen, aber jetzt greift das alles ineinander und man hat mehr Defensives, die dich am Leben halten. Das war beim Paladin früher immer der Fall. Früher hatten wir nämlich zum Beispiel einen passiven Absorb, den wir uns buffen konnten. Der absorbiert einfach Schaden nebenbei. Wir hatten immer schon den göttlichen Schutz, der was einfach Baseline Damage verringert, der wurde uns dann glaube ich in Legion oder Warlords of Draenor glaube ich weggenommen. Und dadurch haben wir halt generell schon das Problem gehabt, dass wir nur sehr sehr schwer mit Fähigkeiten klarkommen, die öfter hintereinander kommen. Das heißt, wir können eine Fähigkeit nochmal bubble im Ionen und wenn im nächsten Ding dann, wie es in Raids üblich ist, dann nochmal irgendwas Größeres kommt, wo man Personals braucht, dann war es meistens schon vorbei. Weil Schilder Vergeltung einfach nicht so viel absorbiert, dass es irgendwo relevant gewesen wäre und meistens auch sogar darauf ausgelegt war, dass man Schilder Vergeltung in Burst eingebaut hat, wie es zum Beispiel in Battle for Azeroth der Fall war. Jetzt allerdings kriegen wir einen ziemlich heavy Survivability Toolkit und wir kriegen einige Sachen, die uns noch dabei helfen zu überleben. Noch ein großes Problem beim Paladin war immer seit der Umstellung, dass wir kein Judgment Sprint und Burst of Speed glaube ich hieß es. Nein, nicht Burst of Speed, ich weiß nicht mehr göttliche irgendwas, war so ein Sprint in Mists of Banderia, das alles auf dem GCD liegt. Das heißt, wenn wir etwas wirken, dann liegt alles auf dem GCD. Der GCD ist immer diese Uhr, die man sieht quasi auf den Fähigkeiten. Göttliches Ross, zumindest am aktuellen BTR Stand, kann sich alles ändern, aber göttliches Ross fliegt in Kürze dann auch vom GCD runter. Das heißt, wir können dann göttliches Ross jederzeit einsetzen ohne irgendwelche Probleme. Göttliches Ross, weil Mobility ja auch unser kleines Problem auch noch war, hält eine Sekunde länger. Ist also wieder wie in Shadowlands, da hatten wir die Conduits, hält jetzt wieder 5 Sekunden an. Das heißt, wenn wir aufmachen, sind wir bei 5 Sekunden am Pferd drauf. Wir haben ganz normal 2 Aufladungen und es ist wie gesagt später eventuell vom GCD runter, außer sie entscheiden sich nochmal dagegen. Ist also schon mal für unsere Utility, also für unsere Mobility meine ich, schon mal ein sehr, sehr großer Buff. Als zweites haben wir auch noch hier den Judgment Sprint. Den gab es früher auch immer und das ist, wenn wir Judgment wirken, also unser Richturteil, dann kriegen wir einen Sprint für 10%. Ist jetzt nicht so krass wie früher, früher waren es 50%. Jetzt ist es allerdings für BVP sehr relevant, denn wir haben dann einen Debuff, ist gerade leider noch nicht implementiert, aber wir haben dann einen Debuff drauf und dieser Debuff slowt Gegner auch für 30%. Dafür fliegt allerdings Hand of Hindrance raus, das heißt ja 70% Slow, den wir vorher hatten, aber wir sind wieder bei weitem Fixer unterwegs. Noch was zu Movement ist, wir haben absolute Freiheit, absolute Freiheit bufft uns generell 30% Movement Speed, das heißt, das gab es vor als BVP Talent. Wenn wir uns also Freedom buffen, dann sind wir 30% schneller und wir können es wie im anderen ebenfalls noch buffen. Also auch dort haben wir nochmal mehr Mobility dazu bekommen. Defensiv gehen wir jetzt weiter, das heißt, wie sieht es mit der Defensive aus? Defensive wurde gut gebuft, wir haben nämlich mehrere Sachen, die uns da beim Überleben helfen, wobei ich glaube, ein paar davon fliegen wieder raus, weil das ist ein bisschen Overkill gerade. Wir haben als erstes geweihte Platten, das erhöht unsere Rüstung, das heißt, wir kriegen weniger Physical Damage, meistens nicht so relevant im BVP, ein bisschen im BVP gegen gewisse Klassen, aber Rüstung macht nicht mehr so viel Unterschied. Im BVP gibt es selten AOE-Fähigkeiten oder sonstiges, die physisch sind, sondern meistens Spells. Stamina wird gebuft, das heißt, wir haben 10% mehr Ausdauer, ist schon mal ganz gut. Und der Schaden, den wir von Flächeneffekten passiv nehmen, ist um 10% verringert, das ist insane. Das ist wirklich sehr krass, wobei ich glaube, dass es nicht so bleiben wird. Dann Nummer 2, Abendrot und Morgenrot wird überarbeitet und zwar haben wir hier unten einen neuen Trait und das ist Fading Light. Und Fading Light ist, dass wenn wir Sägen des Abends haben, dann ist alles, was Holy Power aufbaut, gibt uns einen Absorb-Shield für 20% des verursachten Schadens. Ich glaube nicht, dass das so live geht. Warum? Es ist zu viel Survivability. Wir haben so viele Generator und der Playstyle ist ein bisschen anders vom Parler, als ihr ihn vielleicht jetzt gewohnt seid, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es dabei bleiben wird, dass wir halt auch noch mit Sägen des Abends die ganze Zeit irgendwie Schaden absorbieren können. Das gab es nämlich auch für den DK, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, wenn er Frost decay, wenn er Schaden verursacht, glaube ich, gab es auch sowas, was den Damage Absorb nach oben gesteckt hat. Das haben wir ebenfalls als Defensive. Was wir noch haben ist, als Paladin haben wir als Red Paladin mal Baseline, göttlicher Schutz. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr entscheiden zwischen Schild der Vergeltung und göttlicher Schutz. Wir haben also jetzt auf einem 1-Minuten-Coldown immer einen 30% Wall. Wir haben auf einem 1-Minuten-Coldown Schild der Vergeltung mit dem Absorb. Und wir können das Ganze buffen, und zwar hier mit Egos der Aegis of Protection. Göttlicher Schutz verringert den Schaden, den ihr erleidet, um weitere 10% und Schild der Vergeltung schützt euch für 30% mehr Schaden. Ich glaube, dass die Cooldowns nochmal geändert werden. Ich denke nicht, dass Schild der Vergeltung bei einer Minute Cooldown bleibt. Ich denke, es geht auf 1,30 oder 2 hoch. Und göttlicher Schutz bleibt, denke ich mal, bei dem 1-Minuten-Coldown, so wie es früher in dem Sinne auch immer war, weil beides in Kombination ist natürlich dann ein bisschen sehr stark. Aber wie gesagt, ich glaube irgendwie, dass entweder fliegt Segen des Abends nochmal raus, wie sie es hier geändert haben, oder alternativ geweihte Platten mit dem 10% AOE-Damage geht so nicht live, weil das wäre, wie gesagt, ein bisschen sehr, sehr viel Survivability. Gerade wenn du hier oben noch mitnimmst mit Vermeidung, ist ja nochmal der AOE-Schaden, der runtergesetzt wird, was wir dann noch zusätzlich haben. Soviel also zu Survivability. Heißt also, unsere Mobility wird gut gebarft. Ganz akzeptabel. Bin ein bisschen, finde es ein bisschen schade. Ich will immer noch irgendwie weg von dem Pferd. Ich mag das Pferd einfach nicht. Wahrscheinlich viele von euch auch nicht, können mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Aber ich fand den Chargement-Sprint immer nice. Aber durch die Umbauung vom Red wird Chargement-Sprint ein bisschen OP. Wir gehen auch gleich noch auf die BVP-Talente ein, für alle, die sich für BVP interessieren, was da wahrscheinlich noch anders sein wird. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Wie sieht es von der Rotation aus, vom Damage-Stacking? Es sind Barsang rausgeflogen natürlich. Und das Dominanteste, was rausgeflogen ist, ist Seraphim. Das heißt, Seraphim existiert nicht mehr. Wir können also nicht mehr unsere Secondary-Starts nach oben boosten, damit wir noch mehr Damage haben. Denn das war eins, was sie machen wollten. Sie wollten die Buttons, die der Red hat, ein bisschen minimieren, damit wir nicht mehr 500 Fähigkeiten haben, die wir in dem Sinne anmachen. Ansonsten sieht man aber von der Leistung, sieht es relativ gleich aus. Und wir haben auch nach wie folgt mehr als genug Fähigkeiten, mit denen wir hier weiterhin interagieren können. Und ein paar coole Talent-Ideen sind auch drin. Wobei sie, wie gesagt, gesagt haben, dass noch ein paar Sachen hinzukommen in den kommenden Tagen, beziehungsweise Wochen. Die markanteste Änderung ist, dass der Damage ein bisschen besser aufgesplettet wird von den verschiedenen Fähigkeiten her. Wir haben nämlich momentan das Problem, dass unser kompletter Damage auf Retail momentan auf TV liegt. Das heißt, auf letztes Urteil oder Templars Verdict ist im Endeffekt der komplette Damage drauf. Wenn du in Details schaust von dem Retail Paladin, ist Templars Verdict hier und dann auf Platz 2 nächste Fähigkeit. Das heißt, es ist alles sehr, sehr heavy in eine Fähigkeit reingebalanced. Das ist nicht mehr so hart der Fall. Also es wird ein bisschen besser aufgesplettet auf verschiedene Fähigkeiten. Das bufft unter anderem unseren Sustain Damage sehr, sehr gut. Das war nicht mehr so Burst-i-Sinn wie früher. Aber keine Sorge, Ret bleibt immer noch beim Burst-Playstyle. Das ist das, was Ret seit Burning Crusade ausgemacht hat. Er hat immer noch die Wings, aber sollte das so live gehen, Wings sind auf eine Minute Cooldown runter. Zumindest die Wings, die uns Crit buffen, die Wings, die uns Kreuzzug gibt, wo wir hochstacken können. Natürlich, die bleiben momentan noch bei zwei Minuten, außer sie werden auch verändert. Warum? Weil man Crusade natürlich mehr Damage Gain hat und man könnte sie dann auch noch nach oben stacken mit zum Beispiel Paragon des Zyloten, wo man dann längere Wingsdauer hat. Alles in allem werden wir aber dann auf einem 1-Minuten-Cooldown runter, wenn das Ganze so live gehen würde. Dann haben wir zwei verschiedene Aufbauten vom Talent Tree. Wir haben linkseite, das orientiert sich ein bisschen nach Judgment, also nach Richturteil. Und die rechte Seite, die orientiert sich ein bisschen nach Klinge der Gerechtigkeit, als auch ein bisschen um Wai und Co. Wir haben auch noch Fähigkeiten, die zurückgekommen sind. Und zwar die göttlichen Hämmer, die ersetzen jetzt Wai und die sind schon in Legion mal drinnen gewesen. Das waren diese Spinning-Hämmer um einen rum. Die machen einfach AOE-Shaden. Das heißt, wir haben eine AOE-Alternative, die sehr, sehr geil ist, weil ich habe diese Hämmer geliebt und liebe sie immer noch, gerade für Low-Level-Content. Warum? Man kann wieder Transmog-Rounds und Co. machen. Man macht die Hämmer an, die spinnen um einen rum und man rennt durch und man killt es. Nebenbei ist fast so angenehm wie bei Fury, war ich mit permanentem Wirbelwind-Spam. Was wir noch haben für AOE ist gesegneter Hammer. Kennt man bereits als Brott-Paladin. Als Brott-Paladin ist einfach anstatt Crusader-Strike haben wir dann die Spinning-Hämmer, die sich um uns drehen. Und da haben wir dann drei Aufladungen und können nochmal Holy Power damit generieren. Und der göttliche Hammer ist kein Spender, sondern er ist ebenfalls ein Generator. Das heißt, wir können ebenfalls damit nochmal eine heilige Kraft erzeugen alle 20 Sekunden. Das heißt, auch da nochmal ein sehr, sehr cooles Talent, was mit dazugekommen ist. Was noch cool ist, ist Ausmerzung wurde gebufft. Und zwar Ausmerzung ist, dass wenn ich Klinge wirke, hat das Ziel hier einen Debuff. Und dieser Debuff lässt es einfach für Damage brennen. Und das ist diesmal sogar relevant. Das heißt, wir haben tatsächlich mal Single-Target-mäßig was. Was sehr, sehr nice ist. Wer sich daran erinnern kann, in Battle for Azeroth hat man es in Ajaros Palace gespielt. Mit dem Burn-Spec. Wo man dann im Single-Target relativ gut mithalten konnte. Weil man halt dann permanent hier auch noch den Dot drauf hat. Und der Dot tickt wirklich nicht schlecht. 6k Non-Crit, 12k Crit, weil es natürlich als Cast-Damage auch noch zählt. Ist sehr, sehr geil. Außerdem können wir uns dafür entscheiden, was das Ding für ein Damage macht. Denn es ist tatsächlich nicht mehr alles nur Heilig-Schaden oder physischer Schaden. Sondern wir können uns entscheiden, soll jetzt etwas Physical und Holy-Damage sein. Oder soll es Fire und Holy-Damage sein. Das heißt, wir können uns entweder daran orientieren. Physical hat den Nachteil, dass wenn Bosse Rüstung haben, wird der Damage natürlich ein bisschen verringert. Und der Feuer und Holy-Damage wird meistens um Geht-Rüstung. Das ist eher für BVP relevant. Für BVE teilweise. Bei manchen Encountern aber nicht so krass. Aber im Endeffekt ist es halt Feuer und Holy oder Physical und Holy. Den größten Unterschied, was das im Talent-Tree macht, ist die Art und Weise, wie wir uns hier entscheiden können. Und zwar, wir könnten nämlich hier drüben dann dafür gehen, dass zum Beispiel unser physischer Schaden um 20% erhöht wird. Oder hier drüben unseren Feuerschaden um 10% erhöht wird. Und Feuerschaden zählen dann auch noch andere Sachen rein. So etwas wie Weihe und so weiter. Wurde nämlich dann auch noch angepasst, dass es hier dann mit dem Feuerschaden mit dabei ist. Eventuell wird es wieder zurückgechanged. Sie fixen hier relativ viel rum. Jetzt aber ohne viel drumherum. Die Speck, die ich hier gebaut habe, wir können uns sehr, sehr stark darauf orientieren, was wir jetzt mehr haben wollen. Denn wir sehen schon, Klinge kann man auswählen, dass man zwei Aufladungen hat. Das heißt, Klinge der Gerechtigkeit zwei Aufladungen oder Kreuzfahrerstoß zwei Aufladungen. Wir haben hier drüben Chargement-Aufladungen. Das heißt, hier ebenfalls Chargement zwei Aufladungen oder Chargement erzeugt eine Holy Power mehr. Auch nicht bad. Aber ich mag persönlich hier Improved Chargement momentan mehr. Wir haben Juristikation. Das war vorhin BVP-Talent. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich auch viele ein bisschen hypen wird und manche ein bisschen verwirren. Retripaladin hatte schon immer relativ guten Schaden auf Range. Früher mit Exorzismus, mit Chargement und Co. Wo wir relativ gut Schaden auf Distanz machen konnten. Ist ein bisschen verloren gegangen. Kommt aber jetzt umso heftiger wieder. Denn Juristikation war vor BVP-Talent. Jetzt Baseline. Erhöht die Range und den Schaden von unserem Final Verdict. Also von unserem Finisher und von unserer Klinge. Auf bis zu 20 Meter. Wir haben dann noch ein Talent. Das ist hier drüben drin. Das gilt also im allgemeinen Tree. Ist also für Brot und Holy auch relevant. Und zwar Crusader Strike und Auto-Attacks. Also unsere normalen Schläge. Haben ebenfalls drei Yard mehr Range. Und healen uns um zwei Prozent des verursachten Schadens. Oder zwei Prozent unserer Max-HP. Stackt leider aktuell nicht mit Aura des Kreuzfahrers. Das nochmal um drei Meter buffen sollte. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ansonsten wäre es nämlich krank. Weil dann hätten wir überhaupt 6 Meter Range auf normale Hits. Aber wenn wir uns das hier mal vorführen. Oder wenn ich das mal vorführen darf. Klinge geht jetzt insgesamt so weit. Das heißt, wir können bis hier drüben mit Klinge hauen. Als auch mit TV. Wir haben also richtig, richtig gut Reichweite. Was das angeht. Und können halt hier auf Range richtig, richtig ballern. Und das ist sehr geil. Die Auto-Hits. Wenn wir zum Beispiel schauen jetzt hier mit dem 3 Meter Range. Ist auch sehr, sehr weit. Also auch da braucht man nicht mehr ganz im Melee-Camp sitzen. Ist gerade in Raid-Szenarios oder im Mythic Plus teilweise sehr, sehr nice. Im BVP meistens nur nice aufgrund von irgendwie Laggy-Spielern oder sonst was. Im BVP allerdings sehr cool. Weil man da nicht unbedingt immer irgendwelche Frontals abbekommt. Die man natürlich eigentlich nicht abbekommen sollte. Kann man sich also ein bisschen mehr auf die Stance halten. Dann auf der rechten Seite, wie gesagt, wir haben den Klingen-Debuff. Und wir haben auch die Entscheidung zum Beispiel, dass Klinge mehrere Ziele hittet. Nicht nur eines, was natürlich sehr, sehr geil ist. Denn damit können wir dann auch den AOE-Formel-Debuff anbringen. Wir können uns also wirklich sehr, sehr heavy auf AOE spezialisieren. Und können dann hier mit der Klinge reingehen. Und alle Targets sind dann hier am Brennen. Jedes Mal, wenn wir die Klinge halt wirken. Was halt wirklich sehr, sehr viel Schaden machen kann. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Playstyle. Den wir hier mitbringen können noch. Dann, eins der interessantesten Talente, was euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Was ist das Ding hier in der Mitte? Das ist Crusading Strikes. Also nicht Crusader Strikes, sondern Crusading Strikes. Kennt man vom Demon Hunter. Demon Hunter hat ein Talent, heißt Demon Blades. Und dabei ersetzt es eine Ability einfach in die Auto-Hit-Rotation rein. Das heißt, Crusading Strikes ersetzt den Kreuzfahrer-Stoß-Button. Und ist dann einfach ein Auto-Hit. Allerdings können wir dafür auch noch specken das Eifer des Celoten. Und das erhöht nochmal unseren Attack-Speed um 20%. Und wir haben hier noch zusätzlich quasi den Reset einmal. Und bei Crusading Strikes, die generieren natürlich auch weiterhin heilige Kraft. Wir können auch noch rein specken, dass wir zum Beispiel mehr Targets hitten. Zum Beispiel hier. Crusader Strike hits an additional two Targets. Und das geht natürlich auch mit dem Auto-Hit. Das heißt, das ist ein Button, den ich gar nicht mehr drücke. Sondern wenn ich hier reingehe, dann generiere ich einfach Holy Power. Und wir sehen schon, ich kliefe hier dabei mehrere Targets an. Das spielt sich sehr angenehm. Wir haben also einen Button-Count weniger. Und haben eine nice Holy Power-Generation. Weil wir können halt hier die ganze Zeit dann trotzdem Sachen drücken. Also haben mehr als genug Keys, die wir die ganze Zeit interagieren können. Damit wir hier die ganze Zeit Schaden mit reinbringen. Für letztes Urteil bleibt nach wie vor, dass wir den Proc-Chance haben für Hammer des Zorns. Das heißt, wir können immer noch random mal Execute reinwerfen, was auch sehr nice ist. Und eines meiner Favoriten momentan ist Todesurteil. Todesurteil ist kein Spender mehr. Es hat nur 30 Sekunden Cooldown. Mit Talent bleibt es aktuell. Ich glaube nicht, dass es so bleibt. Aber es bleibt aktuell 20 Sekunden am Ziel drauf, was insane ist. Und es ist ein Generator. Das heißt, wenn wir es wirken, generieren wir direkt drei Holy Power. Heißt also, wir haben nochmal eine Fähigkeit, die sich ganz gut einbaut. Denn, wir können aber wieder auf Range wirken. Tickt also einfach runter und macht dann einfach nach den paar Sekunden. Wobei, sie haben es gefixt. Jetzt sind ja bei 20 Sekunden. Das ist jetzt anscheinend nur 6 Sekunden. Okay, das war gestern nämlich noch so. Haben wir also nochmal was, womit wir halt Holy Power aufbauen können. Und wir können damit gut auf Range auch weiterhin Schaden machen. Im BVP finde ich es vor allem ein niceres Talent. Im BVP sehe ich eher, dass man Reckoning in den meisten Fällen nach wie vor spielen wird. Aber generell ein sehr, 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 sehr sickes Talent. Dann, wie gesagt, wir haben auch noch das Talent, dass Judgment mehr Stacks hat und Judgment mehrere Ziele hittet. Es gibt generell so viel Staff hier, der den Richturteil Schaden alles nach oben dreht. Und wir haben hier zum Beispiel auch Crusader Strike, Judgment and Hammer of Wrath. Now deal Holy Strike Damage. Und Holy Strike Damage ist Holy plus Physical. Da kommen wir wieder zu dem Ding, was wir gerade vorher hatten. Deswegen, wir könnten hier auch noch für Blade of Justice und den Debuff für Physical und Holy Damage gehen. Und könnten dann hier unten rein specken, dass es um 20% erhöht ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Dass wir da noch den Bonus mit drin haben. Dann High Lords Judgment ist, dass unser Judgment die nächsten zwei Abilities, die wir wirken, werden verstärkt um den 20% Multiplier, den wir vorhatten, auf Finisher. Ich verstehe nicht, warum da zwei Punkte zu spenden sind. Es gibt keine Situation, wo ich nicht mit den zwei auskommen würde. Also zumindest sehe ich es momentan nicht. Ich glaube also, dass das Talent auf einen Punkt gechanged wird, weil das die nächsten drei Finisher empowert werden, ergibt meistens keinen Sinn. Weil selbst wenn ich hier oben picke, dass Judgment nur eine Aufladung hat und dafür zwei Holy Power aufbaut, habe ich es trotzdem oft genug ab, um von den zwei Finishern zu profitieren. Also verstehe ich noch nicht ganz, warum hier zwei Punkte drinnen sind und warum das nicht einfach generell zwei sind. Wir können auch noch aspekten, dass natürlich das Judgment mehrere Tage zittert. Wir haben hier Zorn der Inquisition, das ist auch neu. Göttlicher Sturm macht mehr Schaden, umso länger wir ihn wirken. Bis zu 50% ist hier oben. Das heißt, wenn wir ihn nicht wirken, steckt es nach oben. Irgendwann ist er 50% Damage. Ist ganz cool, vor allem wenn man ihn kombiniert mit himmlisches Erbe, wo unser göttlicher Sturm dann einfach brockt. Also auch hier wieder eine gute Kombinationsmöglichkeit. Gerade BVP mäßig finde ich es ganz nice. Ist halt einfach wieder, hast einfach so Burstphasen mittendrin, was man da noch mitnehmen kann. Auch Sturm des Lichtbringers mit der Projektierung bleibt noch drin, wo das dann nach vorne weiter travelt. Das einzig, was momentan noch nett geht, ist ja, himmlische Macht hat letzte Zeit funktioniert mit Crusading Strikes, dass das hier brockt. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das gerade gepackt ist, aber ich gehe mal stark davon aus. Alles in allem, wobei, ein Talent haben wir noch, habe ich es noch vergessen hier. Und zwar, Final Reckoning baut auch Holy Power auf. Sollte man vielleicht auch noch anmerken. Das heißt, man kann hier unten auch reinspecken, dann gibt Reckoning auch nochmal drei Holy Power. Auch ganz geil. Was man noch sagen sollte, ist, hier unten gibt es auch noch was. Und zwar Aschewelle. Wären wahrscheinlich jetzt viele Dinge, aber Aschewelle gehört dazu, zum Retail Kit. Und man braucht es irgendwie so für gewisse Situationen, damit man nicht mehr Holy Power hat. Nicht wirklich. Ich schwöre euch, ihr geht unter in Holy Power beim aktuellen Playstyle. Wie gesagt, es spielt sich so rund. Ihr habt so viel Holy Power, dass ihr immer irgendwas drücken könnt und man braucht Aschewelle nicht. Aschewelle hat aber auch ein neues Talent und zwar Seaving Flames. Das ist einfach das, wenn man Aschewelle wirkt, dass man noch dreimal so nach vorne schlägt, wo dann nochmal hier Damage reingeht. Genug zur Theorie. Jetzt schauen wir uns natürlich an, wie das alles in der Praxis aussieht vom Playstyle her. Und zwar, wir haben natürlich hier die Aschewelle nochmal, kann man nochmal zeigen. Also wenn wir Aschewelle wirken, dann haut das hier noch dreimal die Aschewelle raus. Sieht ganz cool aus und macht ganz gut Damage. Ich mag das Talent irgendwie einfach. Das hat einfach cooles Feeling zu sich. Ansonsten, wie gesagt, Wings. Eine Minute cool dann, gerade mit der Aspekt, die ich habe. Ich habe zwei Chargement-Aufladung. Ich habe zwei Klingen-Aufladung. Ich habe nach wie vor meine zwei Finisher. Und wir haben hier Crusading Strikes mit den Auto-Hits. Das heißt, wenn wir jetzt reingehen, dann ist unsere Rotation eigentlich ziemlich gleich. Aber wir haben halt bei Weitem mehr Buttons, die wir permanent drücken können. Und wir haben halt so viel Schaden, der nebenbei die ganze Zeit rausgeht, weil es halt einfach so clean spielerisch ist, ohne dass wir wirklich eine massive Downtime haben. Das heißt, selbst mit wenig Tempo-Wertung. Ich habe nämlich eigentlich kein Red Gear. Ich bin hier gerade mit meinem Brot-Gear unterwegs. Aber selbst mit wenig Tempo-Wertung haben wir immer Buttons. Und wir können die ganze Zeit Finisher rausballern ohne Ende. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr angenehm vom Playstyle her. Gerade auch das Chargement immer mehr Targets anhittert. Das heißt, auch im Cleave ist er natürlich ein schöner Buff. Denn wir haben dann natürlich das mehr Anhitten der Targets. Da haben wir natürlich auch hier überall den Multiplier drauf. Und dadurch können wir dann auch nochmal mit dem Wirbel ein bisschen mehr Schaden im AOE verursachen. Und alles in allem greift momentan alles so cool ineinander. Also wirklich gespannt, was sie da jetzt dann in Zukunft noch vorhaben. Was jetzt in den nächsten Builds und Co. dann noch offen zukommt. Aber es sieht dann einfach krank aus teilweise. Teilweise ist die Animation von den ganzen Hits so überfordert, dass sich der Charakter so komisch durch die Gegenspin, dass es irgendwie ganz witzig aussieht. Alles in allem, wie gesagt, ich bin sehr damit zufrieden. Eins sollte man vielleicht sagen, was noch mit dazu gekommen ist, ist, dass göttlicher Glockenschlag erst im allgemeinen Skillsuit-Rennen ist. Dafür sind auch noch einmal das Talent raus, dass man bei den Wings anhat, so eine Holy Power pulsiert und nebenbei Damage macht. Das ist also in dem Sinne einmal rausgekommen. Ist allerdings ganz nice, weil das heißt natürlich auch für Holy Parlor, als auch für den Brotparlor, den ist es jetzt im allgemeinen Tree und kann dort gepickt werden, im Gegensatz vor zu den jeweiligen Spec-spezifischen Trees. Wir können uns auch noch einmal hier die Hämmer ansehen. Wird wahrscheinlich auch noch ein paar interessieren, wenn wir hier für den AOE einmal mitgehen. Dann haben wir natürlich auch noch einmal das mit, dass Weih mehr Damage macht und so weiter. Aber es greift dann auch alles hier mit rein, dass unser Divine Storm, beziehungsweise unser göttlicher Hammer dann wahrscheinlich noch mehr Schaden macht. Das heißt, wir können das anmachen und da sehen wir wieder, dann spinnen einfach diese Hämmer um uns rum und wenn wir dann reingehen, dann ticken die einfach die ganze Zeit für Damage, während die Hämmer hier am Start sind. Wir können dann auch noch die anderen Hämmer hier mit spinnen lassen und haben dann mehr oder weniger so eine kleine AOE-Spec, die wir hier noch mit reinballern können. Haben den Klingendebuff hier mit dabei, haben die ganzen AOE-Chargements und Co. mit dabei. Das heißt, auch hier ist eigentlich Holy Power nicht wirklich ein Problem, sondern wir haben eigentlich so viel Holy Power, dass wir teilweise gar nicht wissen, wohin überhaupt damit. Was natürlich sehr angenehm macht, weil wir haben dadurch halt ein bisschen mehr Holy Power auch über für unsere Survivability. Das heißt, wir haben natürlich mehr Holy Power, um uns ein bisschen gegenzuheilen. Apropos gegenheilen, darüber sollten wir auch noch sprechen. Wir haben nämlich noch ein Talent und zwar ist das hier einmal Schnelligkeit des Lichts. Das hatten wir schon mal früher in der Art und Weise in Kata als auch in... Oder war es nur Kata? Ich glaube, es war nur in Kata. Das Lichtblitz nach jedem... Ne, war auch in Warlords of Tra... Ah, in Viotil Karsch und so, dass wenn man chargt, dass das nächste Lichtblitz einfach in dem Sinne instant ist. Jetzt ist es einfach so, dass Lichtblitz generell instant wäre mit dem Talent, aber 6 Sekunden cooldown hat und 50% mehr healed. Das heißt, man könnte sich halt hier alle paar Mal instant healen mit dem Talent. Man kann aber auch hier umspecken und zwar, dass wenn wir Low droppen, unter 25%, dann healen wir uns mit Word of Glory einmalig, gratis, einfach passiv, für 100% mehr. Das heißt, Word of Glory healed hier in dem Fall, wenn wir ganz kurz schauen, im Schnitt für 60k. Das heißt, wir würden uns um 120k um den Dreh heilen, wenn wir unter 25% droppen. Für BVE sehe ich sehr viel Nutzen dafür, kann nur einmal jede Minute auftreten. Für BVP kann ganz gut sein, könnte aber auch wieder ein bisschen blöd sein, weil es gab ja auch zu Shadowlands zum Beispiel das Legendary, was man im BVP ab und zu gespielt hat, dass wenn man Low droppt, dass der Engel brockt. Aber wenn man ab 25% oder 26% wäre und einen Hit kassiert, der mehr als 26% Damage macht, dann tritt es halt gar nicht drauf und dann würde es auch gar nicht davon profitieren. Das Einzige, wo ziemlich viel Kritik ist momentan, ist hier noch Heilende Hände, dass Healing Hands hier bei Absolute Freiheit mit drinnen ist. Das heißt, dass man sich unter für Mobility oder für Heal entscheiden muss. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen blöd, aber man könnte halt Heilende Hände hier plus Guided Prayer nehmen. Dann würde man natürlich nochmal ein bisschen mehr heilen, weil das ja natürlich auch basierend auf der fehlenden Gesundheit. Ob das so bleibt, werden wir dann aber sehen. Jetzt noch zu den BVP-Talenten am Ende, denn bei den BVP-Talenten wären einige Sachen nett so bleiben, wie sie jetzt sind. Warum glaube ich das? Und zwar sind insgesamt drei Talente, die vermutlich nett drinnen bleiben werden oder stark überarbeitet werden. Und das einmal Absolute Freiheit. Warum? Absolute Freiheit ist genau das Talent hier oben. Entweder es wird rausgenommen oder der einzige Änderung ist, dass Absolute Freiheit einfach nur noch Freedom, Spellsteel, Immunity gibt. Denn das Talent hier kann im BVP nach wie vor mit Purchase als auch mit Spellsteel geklaut werden. Wenn man allerdings das hier anhat, dann nicht. Also könnte es sein, dass Absolute Freiheit einfach nur eine Immunity gibt, dass es nicht geklaut werden kann. Punkt Nummer zwei, Juristikation. Gibt eigentlich keinen Grund, warum das noch drinnen ist. Der einzige Benefit, was wir dafür noch haben, ist göttlicher Schlurm als auch unseren Hammer of Justice. Kann sein, dass es einfach nur noch eine höhere Range ist für Hammer of Justice und ansonsten in dem Sinne gar nichts dafür drinnen bleibt. Ja, das könnte sein, dass es raus ist. Das einzige Talent, was vermutlich komplett tot genervt wird, ist Rechtbringer. Warum? Rechtbringer belegt das Ziel mit einem Debuff und dieser Debuff sorgt dafür, dass das Ziel immer wieder 8% Damage nimmt, jedes Mal, wenn wir Richturteil wirken. Das könnte ein Problem werden, wenn man sich das hier ansieht, dass man da die ganze Zeit chargen kann, weil wir haben ja kaum Cool dann auf Chargement. Ich könnte den Cool dann sogar noch mit ein paar Talenten weiter nach unten drehen und wir chargen ja auch mehrere Targets an. Wir sehen aber, zumindest wie es aktuell ist, dass nur ein Target damit belegt wird, aber selbst dann wäre es ein bisschen stark und es kämpft hier momentan bei zwei, aber selbst dann wäre es ein bisschen stark, aber schauen wir, ob es so bleibt. Ich tippe auf jeden Fall, dass es entweder entfernt wird oder die Prozent HP, die man verliert, bei weitem runtergesetzt werden, weil ansonsten kann ich halt so oft diesen Damage brocken lassen von dem Effekt, weil ich kann ja hier die ganze Zeit reinchargen in einer Natur und das wäre ein bisschen viel Schaden. Also irgendwas wird definitiv mit dem Talent passieren. Entweder ist es einfach generell capped, dass man halt generell immer nur zwei Targets damit chargen kann und dann geht der Debuff gar nicht, wobei jetzt hat es hier gar nicht mehr gebrockt, deswegen, ich glaube, dass es einfach die Interaktion gerade generell parkt und entweder wird der Damage runtergedreht oder es fliegt halt raus oder es ist hard capped, eine von den drei Varianten würde ich sehen. Ich bin generell gespannt, ob sonst noch neue BVP-Talente reinkommen, die mit irgendeiner Art der Fähigkeiten hier interagieren, sei es Judgment Sprint, sei es irgendwelche Mobility-Fähigkeiten oder vielleicht irgendwas mit Klinge, mit dem Debuff könnte ich mir vorstellen oder vielleicht überhaupt mit Göttlich-Hammer für AOE, man weiß es nicht. Definitiv sehr, sehr nice, auch der Sale-Feel ist sehr, sehr nice, darauf wollte ich auch noch eingehen, von Begnadigung des Kreuzfahrers, denn wir healen uns quasi für jeden Hit hier um zwei Prozent unserer Max-HP, wobei das sollten wir vielleicht hier mit dem Spinning-Hammer sollten wir einsetzen. Besser funktioniert es natürlich hier, wenn man mit dem Crusading-Strike-Salent spielt, weil jeder Auto-Hit healt uns dann die ganze Zeit um zwei Prozent. Hab irgendwie das Gefühl, dass das nicht so bleibt, sondern dass es einen internen CD hat, dass du sagst, das geht nur alle paar Sekunden mal, alle fünf Sekunden, alle zehn Sekunden, weil sonst würde man sich so derart vollpumpen, das ist ja nicht mehr normal, weil das ist ja ein Prozent-basierender Heal. Das heißt, umso mehr unser Gear wird, umso mehr HP ich habe, umso mehr Heal das Ding auch, weil zwei Prozent sind nicht gerade wenig für eine Auto-Hit-Fähigkeit, würde ich mal sagen. Alles in allem, ziemlich zufrieden mit der Retto-Überarbeitung, bisher spielt sich echt so angenehm wie meinem, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie Demon Hunter oder in dem Fall der gute alte Fury-Wari. Also echt gespannt, was sie da dann noch weiter vorhaben. Ansonsten könnt ihr mich gerne in den Kommentaren unten wissen lassen, was ihr denn aktuell vom Vergelter-Parler den haltet, wie er momentan auf Retail ist. Gefällt euch das mehr oder gefällt euch das mehr, wie er aktuell in 10.07 ist? Könnt ihr natürlich wie immer gerne unten einfach reinschreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Vergesst nicht, wie auf meinen Social-Media-Nets folgen, alle Links bemunden in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.